Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir einfach mal ein paar Parcours für den Warden testen, ob der Warden die ganzen schafft. Und ja, wir starten bei 100 IQ und pro geschafftes Level bekommt er 10+, und pro nicht geschafftes Level, oder es hat zu lange gedauert, gibt es minus 10. Und wir legen direkt los! Also, ich bin jetzt hier beim ersten Hindernis und ja, ich werde jetzt halt hier den Kolben platzieren, sodass es Geräusche macht und der Warden dahin läuft. Und ja, ich muss den hier platzieren, weil er sonst falsch laufen würde. So, also platziere ich jetzt einfach mal den Warden hier. Und ja, er läuft auf jeden Fall rüber. Ups. Er stafft plötzlich nicht so, und das hat er easy gemeistert auf jeden Fall. Kein Problem für den Warden, und so bekommt er von mir plus 100 IQ-Punkte. Also Leute, ich stehe gerade schon im zweiten Hindernis. Und ja, wenn ich mich jetzt einmal umdrehe, sieht ihr schon, mein Plan ist es, dass der Warden, äh, hier so rüber läuft. Ja, so ungefähr. Dann hier so lang geht, hier lang geht. Und dann, ja, hier so lang geht, und dann hier rüber, zu diesen, äh, Kolben halt, also zu dem Geräusch. Also werde ich jetzt einmal kurz hier, äh, den Kolben platzieren. Und einmal den lieben Kollegen spawnen. Ich bin extrem gespannt, ob er das Ganze schafft. Es sieht ja schon, ah, Mann, er ist direkt reingefallen in die Lava. Aber, Mann, er hat direkt bei der ersten Kurve gefällt und ist reingefallen. Keine Ahnung, warum der nicht verbrennt. Ist wahrscheinlich einfach so, wusste ich noch nicht. Aber extrem schade, er ist einfach direkt am ersten Dings gefällt. Und damit muss ich ihn leider 10 IQ-Punkte abziehen. Aber vielleicht kann er die ja wiedergutmachen mit dem nächsten Parcours. So, ich bin jetzt hier beim nächsten Parcours. Und zwar muss der Warden hier einmal hier rumlaufen und einfach nur in die Mitte watscheln. Ich hoffe so sehr, dass er es jetzt schafft, um die IQ-Punkte zu machen. Und was macht er? Junge, er cheatet einfach. Er will durch die Lava gehen und ignoriert einfach, ja, dass da, ähm, Lava ist. Das ist ziemlich schade, aber leider muss ich ihn dafür schon wieder 10 IQ-Punkte abziehen. Das gibst du nicht. Er muss es jetzt aber wirklich mal beim dritten Parcours schaffen. Und ich hoffe so sehr, dass er es hinbekommt, da voranzukommen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Also hier sind wir beim nächsten. Und hier kommt es eigentlich drauf Glück an. Und zwar habe ich hier Pulverschnee platziert. Und hier ganz normalen Schnee. Über den ganz normalen Schnee kann der halt drüber laufen. Und bei Pulverschnee, wenn er reinlaufen will, sinkt der halt durch und fällt dann in Lava. Ja, und ich platziere einfach mal schon mal den Spruch, was es gibt. Also ich will, damit das Sound kommt. Also ich spawn jetzt hier einfach mal den Warden. Und nein, er nimmt den falschen Weg, das ist doch nicht sein Ernst. Wie kann er denn jetzt noch mal was falsch machen? Ich will dir nicht noch mal 10 IQ-Punkte abziehen. Nein. Aber ich muss es tun, Leute. Leider verliert der Warden schon wieder 10 IQ-Punkte minus. Ja, Mann, es ist echt viel zu traurig. Ich hoffe, dass er wenigstens noch eine Aufgabe hinbekommt. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten. Und ich hoffe, dass er das endlich mal dann schafft. Also, wir sind hier beim vorletzten Parcours. Und ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also hier ist es halt so ein kleines Labyrinth. Hier kann er sich erst mal entscheiden, wie lange er geht. Und es dann hier kann da schon in eine falsche Richtung laufen, genau wie da. Und dann wird es jetzt halt interessant. Und zwar ist halt hier noch ein kleines Labyrinth. So, hat ihn mal gesehen. Und was machst du da eigentlich, Kollege? Na, geh mal ganz schnell hier raus. So, also auf jeden Fall geht es dann hier weiter. Hier kommt da halt eine kleine Falle. Hier kann er halt lang und dann geht er hier lang vielleicht. Und das ist halt falsch, dann merkt er es hoffentlich. Geht dann hier zurück, geht dann hier rein und kommt ins Ziel. Ich hoffe wirklich, dass der Warden es schafft. Ich platziere einfach mal den Kolben, so. Und ich bin wirklich extrem gespannt, ob er das Ganze schafft. Also platziere ich einfach mal hier den Warden. Und bin jetzt einfach mal sehr gespannt, was er machen will. Okay, gerade ist der nicht. Okay, jetzt läuft er. Okay, was wird er machen? Er läuft schon mal in die richtige Richtung. Er läuft sich gar kein einziges Mal, ist sich extrem sicher. Oh, und jetzt läuft er geradeaus weiter und bemerkt, oh, da komme ich nicht weiter. Komm, läuft er wieder zurück? Sieht nicht, okay, er läuft doch zurück. Komm, jetzt da rein, Kollege. Nein, nicht wieder zurück. Was macht er jetzt? Dreht er rum? Hoffe ich. Bitte, ja, 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 und jetzt da rein. Komm. Ja, 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 ja. Er hängt fest. Nein. Er ist so kurz davor. Er dreht um. Nein. Was machst du denn? Och, Kollege. Leute, ich glaube, ich muss ihn für das zu lange Warten einen Punkt abziehen. Dann sieht es zumindest aus, weil er will nichts mehr machen. Das ist wirklich extrem traurig. Aber er macht halt einfach nichts mehr. Obwohl, jetzt läuft er noch mal. Ja, 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 oh Mann, er ist wieder falsch gelockt. Gut, und damit muss ich ihn jetzt wohl leider, leider extrem traurig, wieder die minus 10 Punkte abziehen. Und so liegt er nur noch bei 60 Punkten. Das gibt es doch nicht. Komm, Broten, du schaffst das nächstes Mal. Also, Leute, wir sind jetzt bei dem letzten Hindernis. Und hier kann er einfach mal extrem viele Punkte holen, weil durch jedes geschafftes Hindernis, was er schafft, also hier zum Beispiel das Erste, wo er sich entscheiden muss, nimmt er links oder rechts. Rechts darf er überwankt, hat Blöcke und bekommt Schaden. Und ja, auf der anderen Seite ist er halt sicher. Und er bekommt pro so ein geschafftes Hindernis 10 Punkte und kann natürlich extrem viele Punkte bekommen. Ja, hier muss er sich dann nochmal entscheiden. Und dann nimmt er hier diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber diese Blätter. Dann sinkt er halt nach unten und fällt hoffentlich in die hässlich aussehend Lava, weil da schon 100 Leute drüber gelaufen sind, also Tiere. Ja, dann fällt das halt ein. Oder er läuft hier lang und kommt sicher rüber. So, jetzt kommt das TNT. Und ich hoffe, dass es nicht in die Luft jagt, weil da sind auch schon so viele Tiere drüber gelaufen. Und deswegen muss ich es ja so oft neu bauen, weil es sieht richtig hässlich aus. Deswegen darf er kein Dislike da lassen, sondern lieber ein Like. Also, ja, einmal nimmt er den TNT-Weg. Hoffe ich jetzt nicht, aber er kann auch einfach entspannt diesen Weg zu nehmen. Weil dann müsste er über Trapdoors drüber laufen. Einfach so ganz wie möglich über der Lava und dann hier über das Eis ins Ziel. Ja, ich bin jetzt aus Versehen mal kurz ins Wort gelaufen. Äh, ja, okay. Ich müsste halt hier auch noch das Wort klatschen, keine Lava, aber sonst aus welchen Gründen auch immer. Äh, da das, äh, das Eis zu Wasser wurde. So, und jetzt ziehe ich mal hier kurz den Kolben. Und jetzt spawne ich den Kollegen, den lieben Worden. Und ich mach das hier noch kurz zu, damit er nicht nach hinten ausbricht. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was er machen wird. Drei, zwei, eins, zack. Okay, er entscheidet sich für den richtigen Weg. Macht jetzt aus welchen Gründen auch immer eine Attacke. Komm, nimm den richtigen. Ja, 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 nein, nein. Er läuft in das TNT und sprengt alles in die Luft. Warum tust du das an? Aber immerhin bekommt er 20 IQ-Punkte Plus und hat dadurch sein IQ noch mal verbessert. Auf jeden Fall extrem geil. Ja, immerhin mal 20 IQ-Punkte Plus. Zwar nicht alle, aber auf jeden Fall schon eine Menge. Aber, ja. Gut. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, damit wir die 100 Abonnenten knacken. Und, Kollege, was machst du da? Äh, wie bist du da hingekommen? Ja, bist du. Schöp mal ganz schnell. Auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da, damit wir die 100 Abonnenten knacken. Dann kommt ein Abonnenten-Special. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Ciao.